... ... Butterfrei! Oh fuck, und ich hab schon das falsche Pokémon, wäre ich. Ja, ich auch. Ja, das ist... keine Ahnung warum. Vorhin hatte ich noch... Warum greifen Butterfreie Pokémon nie an? Oh, Pikachu ist verwirrt! Vergiss dich jetzt. Töte dich! Nehme ich jetzt nicht, tötet sich nicht. Okay, ich war nicht beim Focus Center, war mal geil. Töte dich! Warum tötet sich das Drecksbiest nicht? Das ist gemein! Ich kann mich nicht bewegen und das Drecksbiest greift immer an! Komm, komm! Ich hab wenigstens voll gebraut. So, jetzt gibt Pikachu eben durch Gift! Ah, ich geb Pikachu One-It. Ich auch. Na, Pikachu! Jetzt kommt Raichu. So, Pikachu ist tot! Pikachu ist tot! Pikachu ist tot! Ja! Intensität... Intensität zehn, One-It. Ha, ha, ha! Intensität hat zehn Punkte? Das ist stärker als Erdbeben, man. Ja! Dennis war schneller fertig! Yes! In your round here! Okay. Bugcatcher in Lidia would like to battle! Was kann ich denn jetzt einsetzen? Apfel! Apfelkuchen! 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 Käsebrücher! Dafür müsste es ausletzter fertig! Warum verletzt sich mein eigenes Pokémon? Das ist doch nicht mehr wahr! Ey, André, komm doch schon mal hier in die Arena! Ich will zum Fels-Tunnel! Ja, aber... Das ist doch nicht mehr wahr! Aber ich werd' verlieren, ihr habt alle so starke Pokémon! Das ist doch nicht mehr wahr! Ich glaub' ich dreh am Rad! Wie viele dürfen wir denn jetzt nehmen? Vier! Ich glaub' ich dreh am Rad! 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 Dürfen wir jetzt eigentlich... Dürfen wir... Ja! Dürfen wir jetzt eigentlich die Pokémon... Alle Pokémon nehmen, die wir wollen, oder nur die Level-Begrenzung? Boah! Säcke! Warum lebt das Tricks-Büsten auch?! Das kann! Ich bring' es um! Ich bring' es um! Dennis, dann müssen wir es schon mal hinter uns bringen! Ja, aber wir müssen auf Christian warten! Bring' es um mich! Und ich muss überlegen, was du als erstes nimmst! Ich bring' es um! Ich bring' es um! Oh, ich hab's umgebracht! Hey! Ey, ich wollte mit André machen! Ist doch egal! Ich hab' schon mal meine erste Niederlage! Aber wartet mal bitte auf mich! Wartet mal bitte auf mich! Ich möchte euch zuschauen! Ja, bis zum Spiel! DUDU! Wir können ja rüberkommen! Das war klar! DUDU! ורgh! DUDU! Das ist klar, dass ich euch das falsche nehme! Und DUDU! 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 Duuuuurooooo Sieht eh nichts ab. Haud Apf … Nein! Ja okay, tschüss! das hier ja man das ist die so jetzt aber tschüss oder oder nimm's zurück namen und hier hat euch ein neuer bike gekauft ne lange nein überleb, 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 überleb stirb, 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 stirb boah wie wenig hat das mit abgezogen haha nein warum greifst du als erster an warum greifst du als erster an brauchst du nicht was hast du nicht mit mir reden warum greif das als erster an das kann man gegen nichts machen jetzt wurde das da 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 das naja haasacht gegen Dings ist es doch los, dass Dings gewinnt. Das war deine Kadaver! Reticate! Ja, ich kämpfe gegen einen Reticate. Wie wenig. Ich meine, da habe ich schon deine Kadaver besiegt. Das ist schon mal ein Anfall. Warte, ich will back-tapen. Wie wen kämpfe ich denn jetzt? Oder kämpfe ich immer noch? Ist ja gut. Ruh, gut. Oh, das ist immer in dir drin. Ja, so lange fangen wir noch nicht an. Achso, ne, ich nicht. Ich muss überlegen, was du nochmal für Pokémon hast. Den ist... Nein! Nein. Nein! Nein! Auszeit! Oh, warte, warte, warte. Lila Flüssigkeit um sich. Es ist verkrippelt. Äh, ver... Sorry, das wollte ich nicht sagen. Jetzt ist es nicht... Ey, warte. Bluts, McTain. Los, McTain, du bist an der Reihe. Oh, willst du das wissen? Ich habe auch... Ich muss jetzt gegen Isabelle kämpfen. Oh, Pikachu ist tot. Eigentlich wollte ich Pikachu trainieren. Na ja. Aber hast du einen Reflektor eingesetzt? Waterpulse. Mann, wach doch auf. Hallo, das ist voll gay. Warum? Könnt ihr euch gegenseitig mal zusehen? Ich guck dir bei meinem Kampf zu, André, guck bei meinem Kampf zu. Das geht nicht, du musst neben mir stehen. Ich muss in deinem Sinn... Ja, dann komm zu mir! Ja, genau. Golem. Ja, ich glaube, das kommt dagegen nicht an. Waterpulse. Das ist geil. Nee, doch nicht. Nein. Alter. So was darf nur ich machen. Ich würde sagen, das Fiech ist tot. Wo ist dein Master Pokemon? Wer weiß? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich mich gerade ein bisschen verdrückt. Ja, ja. Verdammt. Kann man hier nicht rein... Kann man hier eigentlich Items tauschen? Eure Pokemon sind auch überlevelt fertig. Dann kann man noch weit theoretisch voll schummeln. Ist der Kampf zu Ende? Hä? Ist der Kampf zu Ende? Nein, der Kampf ist nicht zu Ende. Jetzt ab. Das ist voll geil, Junge. Warum musst du auch die ganze Zeit dieses scheiß Hypnose einsetzen? Ja, aber nicht während des Let's Plays. Ja. 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 Ich finde es ein Bike-Walker vor Bicycle. Ich habe mir jetzt ein gutes neues Bike gekauft. Du, Max? Haha, ich hab was, was ihr nicht habt. Zumindest nicht alle. Geist-Pokémon. Ein Geist-Pokémon hat, glaube ich, noch keiner. Weil ich ihm was beigebracht hab. Er hat sich da vorgestellt und ihm selbst, äh, beigetragen. Er hat sich rote Punkte auf die Backe geklebt und dann hat er erst gesagt, Lust oder Blitz? Ja, genau. Oh Gott, das ist voll langweilig. Werden meine Pokémon stärker, dann wird es anders aussehen. Warum kann ich auf dem Fahrrad nicht in dein Haus rein? Warum dauert er, kannst du lange machen, den jetzt zu Ende. Warum? Aber bei mir setzt du ihn ein. Cannot use it now, in Klammern, to do, better message. Boah, zieh ich dir überhaupt was ab? Ich zieh dir auch genauso viel ab, wie du wiederbekommst, oder nicht? Ey, bei mir steht der Schillock hier noch. Ja, bei mir auch. Want to trade, level 32, Nido King, whisper me, looking for grass. Was? So, jetzt aber. Och, jetzt fang, pisst dich da, Nebulak. Ich will laufen. Danke. Stopp. Ich hab mein Pokémon noch nicht. Ah, warte, ich auch nicht, warte. Ähm. Was benutzt der denn? Was ist das denn? Okay. Okay. Ich will auf die MSN. Was, nee, hier heißt es SSN. Sag Bescheid, ne? Was denn? Wie heißt MSN? Mach Bescheid, Christian. Weißt du, das hilft. MSN, hast du nie den Anime geguckt? Christian, können wir machen? Christian. Nicht. Oh. Ja, nur viertel. Und dann noch fünf, ey. Was ist das denn, fünf Dreck? Und dann hab ich wieder zu oft Y gedrückt. Ich fasse es nicht mehr. Wenn ich das größte von dem, äh, Arena-Leiter. Okay. Warum ist das auch so... Ach, am Arsch. Am Arsch. Ich bin doch alle viel zu überlevelt, äh. Ja, hallo, mein Höchstes ist 27. Ey, mein Trainer sieht gar nicht so aus, wie den, die ich mir erstellt habe. Das ist gemein. Weiß. Ich bin doch... Ach, weil ich doch schützt die Landröcke. Mann, das kann! Okay, aber das nächste, das schaue ich nicht. Was auf? Das ist ein Grow Light. Ich mische auch. Mich nicht. Ich kann's nicht sein. Och. Äh, wie nehm ich denn? Ah, den. Mehr Erfahrung, mehr Energie, mehr Energie, mehr Energie, mehr Energie, mehr Explosionen. Das habe ich übrigens auch drauf, aber ich ersetze es nicht ein, das wäre unglück. Explosionen? Boah, scheiße, nein! Ich könnte noch verlieren, eigentlich. Nee, das zieht nicht so viel ab. Ja! Ja. Erhält man dadurch jetzt eigentlich Erfahrung, oder nicht? Nein, Dennis, warte mal. Ich habe meinen ersten Sieg. Leute, ich habe meinen ersten Sieg. Ja, aber auch nur, weil du verbreitet willst. Das wollte ich einfach mal sagen. Ja, du bist auch überlevelt. Lass mich in zwei, drei Löffeln höher kommen, und dann sieht's anders aus. Was ist denn die vierte? Oh, warum sind meine nächsten Arenen alle so scheiße mir gegenüber? Jetzt ist es egal, Dennis ist mir egal. Danke, ich habe dich auch. Was machen wir jetzt? 32? Oder was? Ich gehe schon mal so weiter. Können wir machen. Nein, denn ihr seid wieder so schnell da. Ich brauche ein bisschen länger. Wo muss ich denn jetzt wieder lang? Muss ich zurückgehen? Ich weiß nicht, wo der ist. Außerdem hat er ein Fahrrad. Ich möchte auch ein Fahrrad. Wo muss ich denn auch? Ich habe mir übrigens auch schon Aero-Daktyl geholt, ne? Wie kann er sich Aero-Daktyl holen? Hinter dem Museum ist doch der Schneider. So. Ey, Christian, hol ich mir das? Nein, 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 nein. Ein Fahrrad, ja. Ich gehe schon mal vor, ne? Soll ich euch mal was unheimlich Wichtiges sagen? Nein. Der Schnee verschwindet. Boah. Alakazam. Schnee. Achso. Achso, okay. Ich sehe wieder Gras, das ist doch... So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Ich sehe wieder Wiese. Was man diese nennen kann. Ich sehe wieder Wiese, ist das wohl unglaublich? Was kenne ich mir denn gerade noch, wie sie nennen? Ja. Das schaffe ich. Ich renne hier gerade durch die MSN. Windows Live Messenger. Ja, ihr spielt auch einfach weiter. Oh, fuck, man. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, keine kleine Pause. Schriftliche beweist nichts. Heutzutage muss alles, äh, heutzutage ist nur alles richtig, wenn ich es so sage. Und... Hast du Beweise, die nicht schriftlich sind und ich gesagt habe, aufgenommen oder von mir gerade eben jetzt in diesem Moment gesagt? Gerade eben in diesem Moment zuhören. Ich will aber jetzt... weiter, obwohl ich noch mitmachen wollte, ihr lasst mich im Stich. Ja, ich habe recht nicht. Ich habe recht nicht, ich im Stich zu belassen, du. Ey, wo holt ich mir jetzt in der zweiten Arena das Fahrrad? Fahrradfahrt. Warum? Ich habe die auch angesprochen. Es kann, ich bin sozial. Noch eine Frage, wo muss ich weiter? Rechts, äh, beim Schauflerhaus, ne? Da ist dann hinterher, wenn du den Weg folgst, da wo du Schaufler bist. Da ist das der Weg hinterher, wenn du den folgst, dann kommt rechts so eine... Wie sieg den... Du kriegst doch... Wenn die Pocketypen nicht fliegt. Und dann, äh, da rechts... Und dann, äh, da rechts... Ja. Dennis, dein Musikinstrument. Dann... Auf jeden Fall folg einfach den Weg und hinterher kommt dann rechts so eine Abbiegung, da kannst du einen Zerschneider einsetzen. Ach so. Ach so, ach, da. Ja gut, ich weiß schon wo. GAST! Wenn ich surfen hätte, würde ich schon ins Kraftwerk gehen. Warum setzt das Dreckschicht Quick Attack ein? Wer hat es ihm erlaubt? Nee. Weder noch, ihr seid nicht hier. Ihr könnt es ihm nicht erlauben. Ihr habt keinen Funk. Habt ihr nicht. Habt ihr nicht. Gegen wen kämpfe ich denn? Falsch! Nicht mal annähernd! Super Nerd. Oder Teenager. TM31, was ist TM31? TM31. Sicher? Nein, das ist nicht Geowurf. Geowurf kriegst du nur bei der Azurias City-Router. Brick Break! Geowurf ist Seismic Toys. La la la, la la, la 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 la... Vielen Dank.